Tipp Nummer 8. Schimmelpilzquellen müssen aus der Wohnung entfernt werden. Schimmelpilz können toxisch wirken und sie können Allergene hervorrufen und von dem her sind sie als potenzielle Gefahr für unsere Gesundheit anzusehen. Aus diesem Grund müssen Schimmelpilzquellen aus unserer Wohnung entfernt werden. Wenn wir jetzt an Schimmelpilzquellen denken, haben wir aber leider nicht alle Schimmelpilzquellen immer sofort auf dem Schirm. Es sind nämlich nicht immer die kleinen Flecken, die wir an den Wänden sehen, sondern einer der größten Hotspots ist zum Beispiel unser Mülleimer. Hier fördern wir den Schimmelwachstum, indem wir Teebeutel, Kaffeefilter, Essensreste oder sonst irgendwas im Mülleimer sammeln, die dann natürlich zusammen mit der Feuchtigkeit wunderbar auskeimen können. Das gleiche gilt für übersättigte Blumentöpfe, auch hier können sich Schimmelpilze bilden oder für in Kleintierkäfigen, wenn sie tatsächlich nicht täglich sauber gemacht werden. Von dem her gilt nicht nur der Schimmel an der Wand, sondern Schimmel generell ist aus der Wohnung zu entfernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.